Da würde ich die To-Do-Liste so als Methode ein bisschen den Schutz nehmen und sagen, das ist, finde ich, nur in erster Linie ein Problem, weil ich finde auch da ist die wesentliche Herausforderung sozusagen, die wesentliche Utility, wenn man das so sagen möchte, ist, finde ich, erst in der konkreten Nutzung dann später. Also es geht ja nicht darum, dass ich eben, wie du sagst, weil also das wird natürlich sofort negativ, wenn ich einfach nur beginne zu sammeln, zu sammeln, zu sammeln und dann habe ich auf einmal 90 Tasks auf und es ist erst Dienstagnachmittag. Also das ist okay, dann ist natürlich klar, dass da nichts Gutes dabei rauskommen kann. Aber wenn ich quasi diese To-Do-Liste erweitern würde mit diesen klassischen Methoden, die es gibt, mit Kanban-Boards zu arbeiten, mit einem Dreierschritt von das ist geplant, das ist in progress, das ist schon gemacht oder wie auch immer. Also es gibt ja unendlich viele quasi Produktivitätsrahmensetzungen und Methoden, die man quasi so nutzen kann. Aber ich nutze jetzt zum Beispiel eben anders eine To-Do-Liste, weil ich habe einerseits quasi Unterkategorien für die diversen, ich sage jetzt mal grob, Projekte. Und für mich nutzt, also die To-Do-Liste kommt erst dann richtig zur Geltung, wenn ich eben eine Deadline ransetze, also wenn ich eben mir das Ziel konkreter setze, bis wann ich was machen muss. Und ich schaue jetzt nicht auf meine To-Do-Liste und zähle, wie viele Tasks da drin sind, weil das ist auch vielleicht, wenn ich eine Idee habe, dann schmeiße ich die schnell in die To-Do-Liste und kann ja später darauf zurückkommen, falls die weiter irgendwie gewachsen ist oder ich noch andere Gedanken dazu habe. Aber für mich ist das eher so eine Sammlung, die ich dann, ähnlich wie du es jetzt beschrieben hast, eher dann in der Umsetzung quasi greifbar mache. Dass ich dann weiß, ich habe meine vier Kategorien und in Kategorie 1 und 2 möchte ich bis Ende der Woche fertig werden. Okay, dann kommt das quasi auf die sichtbare sozusagen Deadline-Seite oder wie auch immer man das sagen möchte. Und was ich dabei eben so wichtig finde, ist auch das, mit dem du eingeleitet hast, ist, ich muss erst einmal wissen, welche Kategorien gibt es, welche Tasks gibt es, wie viel Zeit habe ich dafür. Weil mir bringen alle tollen Kanban-Tools nichts, wenn ich nicht mal das befüllen kann. Ja, also das muss man ja auch mal dazu sagen, wir müssen erst diesen Schritt zurücknehmen und sagen, was habe ich dann alles überhaupt on my plate, wie man so schön sagt. Und dann kann ich mal versuchen, weiter zu arbeiten, nachdem ich mal analysiert habe.